entspanne dich und entspanne deinen ganzen körper und während du dich ganz entspannst entspannst du immer mehr und noch mehr du hast heute eine hypnose zu deinem perfekten tag in deinem leben höre diese hypnose nur wenn du komplett abschalten kannst du dir zeit nehmen kannst für dich und deinen ganzen körper um alles loszulassen entspanne nun und mach es dir ganz bequem ganz gleich oben sitzen im liegen ganz gleich wo du dich befindest lass alles los und konzentriere dich nur noch auf meine stimme meine stimme meine stimme und diese Melodie 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 Und alles loslässt, entspannst du immer mehr und noch mehr. Du sinkst in einem Zustand der absoluten Entspannung. Und während du deinen ganzen Körper entspannst, darfst du nun deine Augen schließen, ganz, ganz fest. Alles loslassen, alles loslassen. Du entspannst immer mehr und noch mehr und sinkst dabei tiefer und noch tiefer in einem angenehmen Schlaf der absoluten Entspannung. Ich zähle nun langsam von fünf bis null. Und während du alles loslässt, du deinen Nacken entspannst, deine Arme, deine Finger. Auslassen, 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 auslassen. Entspannung, entspannung, entspannung. Du immer tiefer und tiefer sinkst. Du deinen ganzen Körper entspannst, bis hin zu deinen Sehenspitzen. Du entspannst und lässt alles loslassen. Mach es dir richtig bequem. Und fokussierst du dich nur noch auf meine Stimme und diese Melodie, Melodie, Melodie. Du entspannst. Du entspannst deinen ganzen Körper und singst tiefer und noch tiefer in einen angenehmen Schlaf der absoluten Entspannung. Und während ich dir diese Worte zu dir sage, entspannst du immer mehr und noch mehr. Du singst tiefer und noch tiefer und entspannst deine ganzen Körper. Lass alles los. Entspann dich und deine ganzen Körper. Tiefer und noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer und während du alles loslässt, entspannst du immer mehr und mehr. Ich ziele nun langsam von 5 bis 0. Und während ich von 5 bis 0 zähle, singst du tiefer und tiefer in einen angenehmen Schlaf der absoluten Entspannung, entspannung, entspannung. 5 bis 0. Du lässt alles los, alles los. 5 bis 0. Du konzentrierst dich auf deinen Atem und abnest tief ein und wieder aus. 1. 2. Ein und wieder aus. 2. 3. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug singst du tiefer und noch tiefer. Konzentriere dich nur noch auf deinen Atem, meine Stimme und diese Musik. Und mit jedem Atemzug lässt du alles los und singst tiefer und noch tiefer. In der langen Atemzug, rapsrote, mega Atemzug. Die langen Atemzug. Und wie das ganz langweilig ist. Even and not. Du entspannst immer mehr und lässt alles los. Während du alles loslässt, singst du tiefer und tiefer und langen Lebensschlag. Der absoluten Ansprache. Du schläfst und singst tief. Vier. Kein Gedankehälter mehr wirst. Sie kommen und gehen wie auch immer. Du lässt alles loslässt. Alles loslässt. Und singst tief. Und wenn du immer mehr und mehr entspannst, fragst du dich vielleicht, wie sehr du dich entspannen kannst. Du lässt alles los. Kein Gedankehälter mehr fest. Sie kommen und gehen. Tiefen und tiefen und langen Lebensschlag. Der absoluten entspannend. Tiefen und noch tiefer. Du lässt alles loslässt. Du lässt alles loslässt. tiefer sinken. Tiefer sinken. Tiefer sinken. Tiefer sinken. Tiefer sinken. Tiefer sinken. Und noch tiefer. Du lässt alles loslässt. Du lässt alles loslässt. Loslässt. Du entspannst. Du entspannst immer mehr und noch mehr. Und während du alles loslässt, singst du tiefer und tiefer. Du darfst deine Augen schließen. Dich ganz entspannen. Du bist in Sicherheit. Nichts. Nichts kann damit passieren. Alles ist gut. Alles ist gut. Und du sinkst. Tiefer. Und noch. Im angenehmen Schlaf. Der absolut entspannen. Und während du tiefer sinkenst, entspannst du immer mehr und noch. Alles loslässt. Alles loslässt. Alles loslässt. Tiefer. Tiefen. Und tief. Und tiefer. Entspannst du. Entspannst du. Alles loslässt. und entspannst deiner ganzen Körper und sinkst tiefer und noch tiefer zwei dein Unterbewusstsein öffnet sich ganz weit so weit wie nie zuvor öffnet sich dein Unterbewusstsein wie ein großes Ohr öffnet sich dein Unterbewusstsein so weit wie nie zuvor öffnet sich dein Unterbewusstsein und alles was ich zu dir sage jedes einzelne Wort geht direkt 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 in dein dein Unterbewusstsein und du entspannst dabei immer mehr und noch mehr direkt direkt hinein unter Bewusstsein und während du ganz entspannst bist du zu 150% Konkurrent mit dir deiner Persönlichkeit und deinen ganzen Körper jedes Wort was ich zu dir sage wird ab sofort so eintreten du bist entspannt du genießt und lässt alles los ganz weit ganz weit öffnet sich dein Unterbewusstsein so weit wie nie zuvor und jedes Wort was ich zu dir sage direkt 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 ab sofort zu eintreten direkt 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 das wie dein kim selbst das wir um das wir haben antw remsen her wir boom wir genau wissen haben wir 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 zew wir Und vielleicht nimmst du diese Stimme wahr, vielleicht nimmst du diese Musik wahr und während du meine Stimme wahrnimmst, entspannst du immer mehr und noch mehr. Und du entspannst immer mehr und noch mehr in deinem angenehmen Schlaf, der absoluten mega Entspannung. Du bist in Sicherheit alles gut und du singst tiefe Nachttiefe. 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 Du bist der absolute Wahnsinn und entspannst immer mehr und noch mehr. Und du hast es richtig, richtig gut. Nur gewässer spürst du die Energie in deinem ganzen Körper. Und du singst tiefe Nachttiefe. 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 Alles wird lassen. Alles wird lassen. Eins. Tiefe. Entspannend, entspannend, entspannend. Bei Null angekommen, schläfst du tief, wie du bist. Du bist entspannt wie nie zu gut. Und während du alle die Augen lässt, fragst du dich vielleicht, wie tief du schlägen kannst. Wahrscheinlich singst du tiefer und tiefer und fragst dich, wie tief du fallen kannst. Du bist in einem reingenehmen Schlaf. Der absoluten Entspannung. Du machst es richtig gut. Du bist in dir, in deiner Mitte. Und lässt alles los. Alles los. Dein Hohl schläfst du tiefen fest. Du entspannst. Du entspannst. Atmest tief ein. Du entspannst. Und genießt. Und genießt. Den Zustand der absoluten. Spannung. 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 Die Tiefel sinken. Loslassen. Und dein Leben. Diesen Moment. So richtig genießen. So richtig genießen. Und loslassen. Glauben. Tief. Tief. Schlau. Und nun, und nun, ich lege es dir hier für dich. Alles zu weit lassen, und ich kann es nicht mehr. Du bist in Sicherheit, alles ist gut. Du darfst loslassen, genießen. Jesus. Jesus. Gott, es ist loslassen. Und entspannst du deinen ganzen Körper, während du tief bist. Du darfst loslassen. Wenn du nur eingefallen bist, fließt du tief und fest. Du bist gar nicht im Schwand. So im Schwand du immer zu fangen. Alles zu weit lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 So is is good. Teave and teave. In einem Zustand der absoluten, 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 mega entspannt, mega entspannt, loslassen, loslassen, direkt in Deinem Trost. Null, du lebst tief und fest, schlaff, schlaff, tief und fest, tief und fest, schlaffst du. In einem angenehmen Zustand der absoluten Entspannung, tiefer singst du und noch tiefer, du schläfst, tief und fest, null. Und während du tief und fest schläfst, entspannst du immer mehr und noch mehr. Vielleicht fragst du dich, wie sehr du entspannen kannst. Du bist entspannt, entspannt, entspannt und entspannst immer mehr und noch mehr. Tiefer und noch tiefer, tiefer und noch tiefer, in einem angenehmen Schlaf, der absoluten Entspannung. Jung, enlightenment, entspannt, entspannt und entspannt und langen Schlaf, der absoluten Entspannung. Du bist offen für deinen perfekten Tag. Du bist offen, ganz weit offen. Und während du tiefer und tiefer singst, siehst du dich vielleicht, wie du in deinem schönen Wald spazierst. Laute schöne Bäume, Blumen, die Brise Wind, dieser herrliche Duft, dein Lächeln im Gesicht, dein perfekter Tag, dein perfekter Tag. Vielleicht ziehst du dich auch in einem wunderschönen Strand, weißes Wind, die Sonne am Himmel, möglicherweise spürst du riebweise Wind, hörst das Meer rauschen, und du entspannst immer mehr und noch mehr. Vielleicht hörst du auch die Wellen in der Brandung, dein perfekter Tag. Dein perfekter Tag. Wo bist du? Wo befindest du dich? Vielleicht siehst du dich auch in deinem Traumauto. Wo bist du? Wie schaut das aus? Was fährst du für dein Auto? Vielleicht ziehst du dich auch in deinem Traum aus? Wo bist du? Wo befindest du dich? Dein perfekter Tag. Und du sehnst tiefer und tiefer. Während du ganz entspannst. Vielleicht siehst du dich auf den großen Bühnen der Welt. Vielleicht siehst du dich auf den großen Bühnen der Welt. Vielleicht siehst du dich auf den großen Bühnen der Welt. Vor tausenden Leuten, wie du so richtig erhochst und abgehst. Vor tausenden Menschen rauchst. So eine richtig geile Rampensau. Für gute Stimmung sorgst. Du richtig abgehst. Du in Showprogramm fährst. Und du richtig erhochst. Und du richtig erhochst. Und du richtig erhochst. Möglicherweise coachst du auch. Tausende Leute. Du rauchst. Du Menschen hilfst. Aus ihrer Komfortzone. Aus ihrer Komfortzone. Aus ihrer Komfortzone. Grenzen sprengen, ihre persönlichen Grenzen sprengen, sie zu dir hochschauen und du so richtig abhagst, sie anfangen zu tanzen, sie anfangen zu tanzen zu deiner Musik, zu deiner Stimme, zu deinem Dasein und du so richtig abgehst, dein perfekter Tag. Und du so richtig auf der Bühne haugst und du deine persönlichen Grenzen brengst und dein Leben so richtig lebst. Vielleicht hieß du dich auch gerne an deinem heiligen Ort. Wo bist du? Was fühlst du? Wer ist bei dir? Vielleicht bist du gerade im Wald, in diesem magischen Wald, vielleicht bist du auf dem Strand, an deinem heiligen Ort, wo du deine Akkus, deine Batterien wieder aufladen kannst. Dein perfekter Tag. Spürst du diese Energie in deinem ganzen Körper? Spürst du, wie du ganz entspannt diesen wunderbaren Tag genießt? Wo bist du? Was riechst du? Was schmeckst du? Was hast du an? Wer ist bei dir? Was machst du gerade? Wo bist du? Vielleicht siehst du dich gerade auch deine Erfolge feiern wie du deine persönlichen Grenzen sprengst auf deinem nächsten Level kommst du deine Erfolge feierst du Geld anziehst wie ein Magnet du Menschen Gutes tust du auf der Bühne so richtig abgehst und vor tausenden Menschen kauscht und richtig haust Vielleicht siehst du dich deine Erfolge feiern in deinem Geschäft, in deinem Business ganz gleich was du in deinem Leben machst du dein persönlicher Rockstar wirst du deine Komfortzone verlässt und deine persönlichen Grenzen sprengst du zur Urquelle deines Urvertrauens wirst und du immer mehr und mehr diese Energie in deinen ganzen Körper ansiehst du spürst wie es kribbelt du hast du hinauswechst und zur Urquelle deines Urvertrauens wirst wo bist du wie schaust du aus was hast du an du streichst deine Erfolge wärst bei dir und du ganz viel Selbstliebe Selbstvertrauen und zur Urquelle deines Urvertrauens wirst du bist erfolgreich du bist erfolgreich du schaust alles was du willst 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 wo bist du wo bist du wer bist du wer ist bei dir was hast du an entspanne dich und entspanne immer mehr und mehr möglicherweise siehst du wie du gerade deinen Erfolg deine Erfolge dein persönliches Next Level feierst und du richtig abgehst wer ist bei dir wer feiert mit dir ist es dein bester Freund sind es vielleicht deine Familie dein Mann dein Partner deine Frau deine beste Freunde deine Partnerin wie schaust du aus was hast du an während du diese Musik hörst entspanst du immer mehr und mehr du singst tiefer und tiefer du gehst so richtiger vielleicht spürst du diese magische Energie wie du stärker und stärker tiefer und tiefer in dir singst und du ganz entspannst dein perfekter Tag du ganz entspannt bist wo bist du? was riechst du? was machst du? du bist zu 150% konkurrent mit deinem Leben entspannst immer mehr und mehr und du siehst deine Erfolge steigen immer höher und höher du sprengst deine Grenzen du wirst zur Urquelle deines Urvertrauens ganz viel Selbstvertrauen denn du bist es wert erfolgreich zu werden du bist es wert erfolgreich zu sein du sprengst deine Quellen und entspannst immer mehr und noch mehr du siehst deine Erfolge wie du auf der Bühne stehst wie du auf dem Protest stehst denn du bist es wert reich und erfolgreich zu sein du bist es wert dein Leben zu leben du bist es wert deine Erfolge zu leben und während du ganz entspannst dir meine Worte anhörst direkt, direkt in dein Unterbewusstsein du bist erfolgreich du brauchst, du lebst dein Leben du schaust alles was du willst 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 du brauchst die Bühne deines Lebens dein perfekter Tag und vielleicht siehst du dich auf der Bühne wie dir gratuliert wird zu deinen Erfolgen du vielleicht dein persönliches Next Level in deinem Business erreicht hast deine Grenzen gesprengt hast du umsungen an Geld anziehst wie ein Magnet du erfolgreich dein Leben lebst dein Leben lebst und du ganz entspannst dein persönliches Next Level Grenzen fremst und zur Urquelle deines Urvertrauen gehst die tiefer und tiefer sinken darfst und total entspannst denn du bist es wert reich und erfolgreich zu sein reich an innerer Fehler du bist es wert reich und erfolgreich zu sein kein Mensch kein Mensch kein Mensch wird in dir gestehen du gehst deinem Weg du bist es wert reich und erfolgreich zu sein genieße nun deinen perfekten Tag ganz gleich wo du dich befindest lass alles los alles loslassen alles loslassen alles loslassen und du sinkst und du sinkst tiefer noch tiefer in den Zustand deiner absoluten Genialität dann ist es dein Leben du bist zur Quelle deines Urvertrauens und jedes Wort was ich dir sage wird ab sofort zu Eintriff du rockst die Bühnen du gehst deinen Weg und kein Mensch kein Mensch tiefer und tiefer spürst du diese Energie das ist der absolute Wahnsinn du bist der Wahnsinn deines Lebens du genießt dein Leben du bist zur Urquelle deines Lebens du wirst zum Macher deines Lebens und vielleicht siehst du dich gerade wie du deine Erfolge feierst du Geld anziehst wie ein Magnet du die Bühne hockst du hunderten von Menschen leben mit deiner Art und Weise tief und tief entspann dich lass alles los lass es so richtig krachen in deinem Leben und du frängst deine Grenzen du genießt deinen perfekten Tag wer ist bei dir wo bist du was schmeckst du was riechst du was machst du gerade dein perfekter Tag vielleicht liegst du gerade in deinen heiligen Wald vielleicht liegst du gerade in deinem Kraftbett vielleicht liegst du am Strand im Wald wo auch immer du dich befindest vielleicht liegst du gerade und lass es dir richtig hochgehen denn er ist dein Leben dein perfekter Tag vielleicht liegst du dich auch mit deinem Partner mit deiner Partnerin mit deinen Kindern tiefe und tiefe alles loslassen alles loslassen alles loslassen alles loslassen alles loslassen entspannen entspannen genießen denn du bist es wertreich und erfolgreich zu sein du schaust alles was du willst alles was du willst du bist so hundert und wirst dir bekannt mit deinem Leben und freindst deine Grenzen und wirst du machen dein Leben dein perfekter Tag dein perfekter Tag du bist es wertreich und erfolgreich zu sein tief und vorgefallen du schaust alles was du willst du schaust alles was du willst du schaust alles was du willst du bist dein Sieger du bist dein Sieger tiefer sinken du schaust alles was du willst alles was du willst du bist dein Sieger du bist dein Sieger du bist dein Sieger du bist dein Sieger in das Leben und während du diese Worte hörst meine Worte empfandest du immer mehr und mehr du darfst alles loslassen 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 loslassen entspann dich entspannung entspannung du bist die Geiste du bist der Geiste denn es ist dein perfekter Tag dein perfekter Tag du wirst zur Urquelle deines Urvertraums alles was ich zu dir sage ich darf sofort zu eintreten denn du bist es wert reich und erfolgreich zu sein dein Leben zu leben deinen Weg zu gehen Geld anziehen wie immer nicht alles loslassen alles loslassen ganz entspannen und entspanne immer mehr und nicht mehr mehr du wirst zur Gebelle deines Lebens ganz viel selbst daran so viel selbst daran wie noch nie zuvor selbst du bist es wert geliebt zu werden wo bist du was siehst du wäre es bei dir dein perfekter Teil. Und während du immer erfolgreicher und erfolgreicher bist, du deine Erfolge feierst und zur Urquelle deines Urvertraums wirst, darfst du alles loslassen, all deine Altlasten. All deine Altlasten. Du darfst abschalten und entspannen dir nicht sofort. Ab sofort beginnt der erste Tag deines neuen Wehers. Du wirst zur Urquelle deines Lebens. Deine selbst denn du bist es wert, reich und erfolgreich zu sein. Du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist zu 150% gesund und lebst dein Leben. gehst deinen Weg und während du so deinen Weg gehst, fragst du dich vielleicht, welche Grenzen ich sprengen kann, wie weit ich gehen kann. Du bist es wert und vielleicht siehst du dich, wie du immer besser, noch besser, noch stärker, noch erfolgreicher wirst. Und du dich von all deinen Menschen verabschiedest, die dir schlechteren, du deinen Weg gehst und loslässt, zu deiner Persönlichkeit wirst. du deine Grenzen fremst und zur Urquelle deiner inneren Kraft wirst, zur Urquelle deines Selbstvertraums, zur Urquelle deiner inneren Kraft wirst, du zu 150% Konkurrent mit deinem Tun, mit deinem Machen bist. Du stärker und stärker wirst, alles loslässt, dein Leben lebst, du deine Grenzen fremst. Und vielleicht siehst du, wie deine Neider, deine Menschen, die dich versuchen, runterzusehen, immer kleiner und kleiner sind immer weiter und weiter aus deinem Leben verschwinden. So ist es gut. So ist es gut. Alles loslässt. Und vielleicht siehst du dich gerade in der Zukunft. Was siehst du? Wo bist du? Dein Leben, dein perfekte Tag. Wahnsinn. Wahnsinn. Vielleicht siehst du dich in deinem Traumhaus, in deinem Traumhaus, auf Bühnen, dein Leben. Vielleicht siehst du dich auch, die Welt beweisen, an den schönsten Orten und Stränden zu arbeiten. Vielleicht siehst du dich auch mit deiner Familie, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, dein perfekter Tag, dein glückliches Leben. Denn du bist es wert, reich und erfolgreich zu sein. Du bist es wert, deinen Weg zu gehen, deine innere Wohl, deine innere Kraft. Deine innere Kraft. Und du sprengst deine Grenzen und du wirst zur Urquelle deines Selbstverbrauchs. Und du sprengst deine Grenzen und gehst deinen Weg. Denn es ist dein Leben. Dein Leben. Und während du deinen Weg gehst und dein Leben lebst und du dich siehst, wie du deine Grenzen sprengst, entspannenst du deinen ganzen Körper. Du bist entspannt wie nie zuvor und spannst dabei immer mehr und mehr. Du lebst dein Leben, du bist im Füller. Du bist konkurrent mit dir und in dem, was du tust, du rockst dein Leben. Und während du deinen perfekten Tag und du alles richtig genießt, du alles richtig genießt, du dir möglicherweise aus deiner Meta-Wertes, dir alles anschaust, du auf Folge 7 siehst und du dein wunderbares Leben betrachtest. Deinem perfekten Tag, deine perfekte Woche, dein perfektes Leben. Strahlst du immer mehr und mehr und strahlst du immer mehr und mehr. Du strahlst in deinem ganzen Gesicht, dein ganzer Körper strahlt. Du wirst zur Urquelle deiner inneren Kraft, zur Urquelle deiner inneren Stärke. Du lebst dein Leben, deine innere Kraft. Und immer mehr und mehr und noch mehr und noch tiefer singst du und entspannst und genießt diesen Abend. Deiner Veränderung, dein Leben. Diesen Moment, wo du zum Macher dein Leben bist. Diesen Moment, wo du deine persönliche Grenze sprichst, wo du zur Urquelle deiner inneren Kraft wirst und dein perfektes Leben bist. Du bist die Urquelle deiner inneren Kraft. Du lebst dein Leben, du bist es wertreich und erfolgreich zu sein. und du spürst, wie du immer stärker und stärker und stärker bist. Die Bühne deines Leben wachst. Du tausenden Menschen Gutes tust. Du, der erfolgreichste Mensch auf deinem Lebensweg, auf deiner, in deiner, auf deinem Lebensweg. Du bist der Wahnsinn. Du spürst diese Energie und immer lauter und lauter schreist du, ich schaffe alles, was du willst. Ich schaffe alles, was du willst. Ich schaffe alles, was ich will. Denn ich bin es wert, erfolgreich zu sein. Ich schaffe alles, was ich will. Und während du diese Musik lauscht, deine Chakra ganz weit offen singt, du zur inneren Kraft, deinen Selbst erlauben, wirst du deine Grenzen sprengen. entspannst du immer mehr und mehr deinen Körper, viel mehr und noch mehr, denn du bist zur Urquelle deines Selbstvertraums. Du rockst. Du bist eine Rampensau. Du bist der Macher deines Lebens. Du bist erfolgreich. Du schaffst alles, was du willst. Du wirst zur Quelle deines Urvertraums, zum Macher deines Lebens. Dein perfekter Tag. Dein perfektes Leben. Du bist der Wahnsinn. Du bist dein. Tiefer und tiefer singst du. Du schläfst und bist entspannt wie nie zuvor. Du strahlst in deinem ganzen Körper. Möglicherweise spürst du die Energie. Die Energie in deinem ganzen Körper. Du bist elektrifiziert. Du bist elektrifiziert. Du spürst diese Energie in deinem ganzen Körper. Von oben bis unten, von Seite bis hinten, von vorne. Diese Energie, diese magische Energie. Die Kraft deiner Urquelle. Die Kraft deines Selbstvertraums. Die Dach. Die Kraft deines Urvertraums. Du bist elektro wie nie zuvor. Du bist elektrifiziert und die ganze Energie in deinem Körper bündelt sich. Du bist zur Macher deines Lebens. Direkt, direkt in dein und du bist in deinem Körper. Deines Lebens. Entspannung, 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 entspannung. Und während du ganz entspannst, du immer mehr und mehr entspannst, ziele ich nun langsam, ganz langsam, von Null bis drei. Und bei drei angekommen, bei drei angekommen, darfst du wieder ins Hier und Jetzt kommen. Du darfst deine Augen öffnen. Du darfst den ersten Tag deines neuen Lebens so richtig genießen. dein perfekter Tag. Dein perfektes Leben. Und es wird immer besser und noch besser, denn du bist zur Urquelle deiner inneren Kraft. Du bist entspannt und siehst deine Erfolge. Und während ich langsam von Null bis drei ziele, entspannst du immer mehr und noch mehr. Bei drei öffnest du deine Augen. Du kommst in Hier und Jetzt. Du wirst zum Macher deines Lebens. Du wirst der Macher deines Lebens. Dein perfekter Tag. Wo bist du? Was siehst du? Wo befindest du dich? was hast du an? Wie schaust du aus? Wer ist bei dir? Immer mehr und mehr ziehst du deinen Erfolg magisch an. Mit jedem Wort, mit Takt dieser Melodie bist du erfolgreicher und erfolgreicher. Du wirst zum Macher deines Lebens. Und während ich jetzt von Null bis drei ziele, kommst du langsam ins Hier und Jetzt zurück. Du bist entspannt wie nie zuvor. Du bist der Macher deines Lebens. Du bist es wert reich und erfolgreich zu sein. Null Du bist innerlich total rein. Deine innere Stärke. Und während ich jetzt von Null bis drei ziele, kommst du langsam ins Hier und Jetzt zurück. Du hörst meine Stimme ganz langsam kommst du zurück. Eins Du spürst möglicherweise den Nahten. Du hörst meine Stimme. Du darfst ganz langsam wieder ins Hier und Jetzt kommen. Und bei drei angekommen öffnest du wieder deine Augen. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir so viel Zeit wie du brauchst. Du nimmst meine Worte wahr und kommst ganz langsam in Hier und jetzt zurück. Du bist der Macher deines Lebens. Du ziehst Geld an wie ein Magnet. Ab sofort wird alles so eintreten wie du es möchtest. Ab sofort wird alles so eintreten wie du möchtest. Ab sofort wird alles so eintreten wie du es möchtest. Du bist erfolgreich. Du bist reich. Du bist der Macher deines Lebens. Du bist es wert geliebt zu werden. Du bist die Rampensau deines Lebens. Du bist der Rockstar deines Lebens. Du lebst dein Leben wie nie zuvor. Zwei Wenn du heute Abend ins Bett gehst und du tief und fest stehst wird dein Unterbewusstsein alles nochmal verarbeiten. Du bist tief entspannt und wirst schlafen so tief ihn noch nehmen. Du hörst meine Stimme du spürst möglicherweise deine Finger. Du darfst ganz langsam wieder in sich und jetzt zurück kommen. Und wenn ich drei sage und mit meinem Finger schnipse dann öffnest du deine Augen. Dann darfst du deine Augen öffnen. Lass dir Zeit ganz viel Zeit. Du kommst langsam ins Hier und Jetzt zurück. Du bist entspannt wie nie zuvor. Alles wird ab sofort zu eintreten so wie du es möchtest. Alles wird ab sofort zu eintreten. wie du es möchtest. Du wirst zum Macher deines Lebens. Du bist der Macher deines Lebens. Du bist der Macher deines Lebens. Und wenn ich jetzt drei sage und mit dem Finger schnipse öffnest du deine Augen. Drei öffne nun deine Augen. Lass dir Zeit. Zeit. Lass dir Zeit. Alles ist gut. Alles ist gut. Drei öffnen nun deine Augen. Öffnen nun deine Augen. Lass dir Zeit. Du bist ganz entspannt. Nimm dir Zeit, um Zeit zu haben, ganz langsam wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Vielleicht stehst du auf, streckst dich ein bisschen. Atme es tief ein und wieder aus. Nimm dir einen Schluck Wasser. Lass dir Zeit. Nimm dir Zeit für dich. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Öffnen nun deine Augen. Du bist im Hier und Jetzt. Alles ist gut. Du bist entspannt. Du bist der Macher deines Lebens. Und heute ist der erste Tag deines neuen Lebens. Nimm einen Schluck Wasser. Lass dir Zeit, so viel du brauchst. Öffnen nun deine Augen und streck dich, schüttel dich ein bisschen und genieße dein Leben.